When do we want it? Now. What do we want? Climate Justice. When do we want it? Now. Danke. Das alles hier, das hat damit zu tun, dass ein junges Mädchen, Breta Thunberg, leider kann ich ihren Namen nicht genau aussprechen, ja, das ist ausländischer Name, dass sie eines Tages statt in die Schule zu gehen, sich vor die Regierung gestellt hat und gestreikt hat. Und zwar für die Zukunft, für unsere Zukunft. Denn unsere Zukunft ist in Gefahr. Und zwar in Gefahr vor nicht konsequenter Klimapolitik, die alles aufs Spiel setzt, was wir mal machen wollen. Und wir können das nicht mehr ertragen. Und deswegen hat sie Fridays for Future in die Wege geleitet. Und so hat dieses junge Mädchen es geschafft, dass nicht nur wir, sondern dass wir bundesweit auf die Straße gehen, als Schüler und junge Menschen, als Generation Z, und streiten. Dass es irgendwann mal wieder bergauf geht und nicht mehr bergab. Denn wir sind die letzte Generation, die es doch aufhalten kann. Danke. 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 Untertitelung des ZDF, 2020